Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist eigentlich nur dank euch entstanden, weil ihr, ihr habt die 50.000 erreicht. Ich kann es euch immer nicht fassen. Wir haben jetzt 50.000 Abonnenten vor kurzem erreicht und ich bin euch so dankbar. Das ist für mich so eine Zahl, müsst ihr euch vorstellen. Als ich mit YouTube begonnen habe, habe ich an 50.000 Abonnenten nicht mal mich getraut, überhaupt davon zu träumen, dass ich die mal erreichen werde. Und jetzt, fünf Jahre später, sind wir 50.000 hier auf YouTube. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr unsere Videos so gerne schaut und jeden Tag kommentiert, liked und dabei seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und nicht nur mir, auch dem Papa. In einem YouTube-Video steckt viel Arbeit, Schnitt, Musik aussuchen, Uploaden, Thumbnail, dies, das. Und diese ganze Arbeit lohnt sich natürlich umso mehr, wenn wir wissen, ihr schaut uns gerne und ja, ihr seid gerne Abonnenten von uns. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich etwas Spezielles für euch machen muss. Ich habe nämlich von drei meiner Werbepartner, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite, richtig, richtig coole Sachen für euch ergattern können. Und dieses Gewinnspiel läuft hier auf YouTube, das heißt nicht auf Instagram, nirgends sonst wo, nur hier auf YouTube, nur für euch YouTuber Abonnenten, habe ich richtig coole Preise ergattern können. Zuerst habe ich mir gedacht, vielleicht nur einen Gewinner zu ermitteln, aber dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre es, wenn wirklich mehrere Leute was gewinnen könnten. Und deswegen habe ich insgesamt drei mega coole, krasse Gewinne für euch. Also das heißt, es wird drei Gewinner geben und ich werde euch gleich vorstellen, was ihr gewinnen könnt. Aber erstmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön an die Firmen, die mir diese Sachen zur Verfügung stellen. Erstmals vielen lieben Dank an Nintendo. Ja, ihr könnt was von Nintendo gewinnen. Dann ein ganz großes Dankeschön an windeln.de. Vielen, vielen lieben Dank. Und last but not least, Dyson. Mega, oder? Also diese drei Firmen haben mir etwas zur Verfügung gestellt. Das ich an euch verlosen darf. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch schnell, was es Cooles gibt. Also Preis Nummer 1, Package Nummer 1 ist eine Nintendo Switch Lite mit Spielepaket. Ist das nicht cool? Wer hat sich denn nicht schon immer eine Nintendo Switch gewünscht? Und jetzt könnt ihr eine gewinnen hier bei mir. Und nicht nur die Switch Lite. Nein, ihr bekommt auch Spiele dazu. Ist das nicht mega cool? Also, wenn du die Nintendo Switch Lite plus Spielepaket gewinnen möchtest, dann schreibt gleich unten in den Kommentaren, ja, ich möchte die Nintendo Switch Lite gewinnen. Damit weiß ich dann einfach, wer was gerne haben möchte. Preis Nummer 2 ist ein 200 Euro Gutschein von windeln.de. Oh mein Gott, ist das nicht mega cool? Perfekt für meine ganzen Mamas da draußen. Wenn ihr gerade schwanger seid, eventuell mit einem Baby oder schon ein Baby habt oder Kinder habt, bei windeln.de könnt ihr für alle möglichen Altersklassen shoppen. Dort gibt es Babysachen natürlich, Windeln, Babynahrung, Erstausstattung, Kinderwegen, Spielsachen. Für Mütter gibt es Sachen. Es gibt wirklich für alle. Alle, alle. Es ist ein mega, mega krasser, guter Online-Shop mit super Produkten, mit Markenprodukten. Wie ihr schon merkt, ich bin mega begeistert von windeln.de, weil man kann dort wirklich alles, alles shoppen. Und wenn du den 200 Euro Gutschein von windeln.de gewinnen möchtest, dann schreib unten in die Kommentare, ja, ich brauche den 200 Euro Gutschein, weil ich bin schwanger oder weil ich habe ein Kind und ich möchte das und das kaufen. Dann, wie gesagt, schreib es unten in die Kommentare. So, und kommen wir jetzt zum letzten Gewinn und zwar zu Gewinn Nummer 3. Da hat mir nämlich die Firma Dyson den Pure Cool Me Luftreiniger für euch zur Verfügung gestellt. Das ist mega cool. Ihr könnt also einen Luftreiniger gewinnen, der euch noch zusätzlich mit frischer, kühler Luft versorgt. Den könnt ihr überall mitnehmen und aufstellen. Der ist super leicht. Ihr könnt ihn ins Kinderzimmer für euer Kind stellen. Einfach wirklich perfekt. Und er reinigt die Luft. Das ist mega cool. Und er ist perfekt jetzt im Sommer, wo man ein bisschen, ja, sich abkühlen möchte. Und er ist einfach mega, mega cool. Also, falls ihr den Dyson Pure Cool Me Luftreiniger gewinnen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare, dass ihr den haben wollt. Und dann weiß ich Bescheid. Dann zählt dein Kommentar quasi zu dem. Und ja, ich werde dann 3 Gewinne aus diesen ganzen Kommentaren, werde ich dann einfach 3 Gewinne auslosen. Die Teilnahmebedingungen stehen nochmal unten in der Infobox. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst Abonnent von mir sein. Und somit nehmt ihr schon teil. Natürlich einen Kommentar. Dann weiß ich nicht, ob ihr daran teilnehmt. Und ja, ich würde mal sagen, ich drücke euch die Daumen, lest euch nochmal die Teilnahmebedingungen durch. Stehen alle unten in der Infobox. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne haben möchtet, was ihr gerne gewinnen möchtet. Und ich wünsche euch viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Das Gewinnspiel läuft eine Woche. Und ja, viel, 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 viel Spaß und viel Glück. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Danke nochmal für 50.000 Abonnenten. Ich kann es nicht fassen. Ja, danke, danke, danke an euch. Und ja, nochmal viel Glück. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.